Oh, der sieht aber größer aus, oder? Da ist er! Schau, er ist in Ordnung! Ach so, der Kleine wird angegriffen von dem. Ups! Ah! Leif May allein! Du bist auf kleine, oder? Du möchtest definitiv mit mir bemerken, zu treffen. Bleib dich auf der Bubble-Sprout, Dost. Dann wird dieses Spiel vorbei, bevor es beginnt. Oh, Mann! Ihr seid Schweine! Nope. Das war nix. Ähm... Ja. Wieder weiterlaufen, ne? So, ich verspring jetzt mal kurz. Zwei hatten wir ja schon. Ah, zwei auf einmal, das war... Uncool. Definitiv. Das war gewaltig uncool. Da kann ich ja auch mal nach dem Shopkeeper suchen, jetzt gerade hier. Ob ich den hier irgendwo finde. Weil irgendwo muss er ja anscheinend sein, ne? Das wird die Karte ja lügen, das kann ja nichts angehen. Ah, da ist er ja. Schön versteckt hier oben. Ah, hello again. Ja, ja, klar. So, ähm... Kaufen wir lieber noch nichts, glaube ich, von dir. Oder was hast du im Angebot für Ringe? Ring des Lichts. Ring des Vagabunden. Meisterring der Wachsamkeit. Dreifacher Objekt-Drop. Uh. Will ich den einmal haben? Ich denke fast schon. Und wie ich den haben will. Und einen kann ich ja schon mal verkaufen. Ähm... Ich hab grad irgendwie voll Bock drauf, äh... auf einen passenden Betrag zu kommen. Dass ich zwei davon kaufen kann. Da hätte ich sechsfachen Objektor. Das wäre super. Aber ich glaube, da komme ich nicht ganz hin. Na, ich kann doch erstmal einen kaufen. Den zweiten kann ich mir später noch kaufen. Aber sechsfacher Objektor klingt super. Finde ich jetzt mal so, ne? So, lass mal gucken. Dann kann ich auch erstmal den hier ausrüsten. So, da hab ich jetzt einmal dreifacher Objektor, und einmal eins auf fünffachen. Ist ja auch schon mal einiges, ne? Also müssten wir jetzt eigentlich theoretisch noch schneller an die Sachen kommen, oder? Also an die Sachen, die ich zum, äh... Verarbeiten brauche und so. Ja, nach rechts... Ich muss nicht weiter nach rechts gehen, ne? Da war ja nix. Stimmt ja. Aber ich brauch den Speicherpunkt hier vielleicht. Dass ich keinen Speicherpunkt habe, bevor ich hier einen Kampf machen muss. Das stört mich ein wenig. Okay. Ach, ich bin vergiftet. Ja, ist ja großartig. Gib mir mal jetzt die scheiß Brezeln. Ah, Vergiftung, ey. Mensch, ich muss kurz gegen Vergiftung machen. So. Und da geht er wieder. Du bist ein Willkommen, Kind. Komm jetzt, Dust. Er ist sicherlich schrischend. Okay. Lass uns ihn finden. Und... vielleicht raus von diesem regnenden Tod. Ja. Ja. Jetzt muss ich das für Brezeln nutzen, damit ich das halbwegs überlebt habe. Aber... Zwei mit Vergiftungsgefahr? Das war mir doch ein bisschen viel gerade. Irgendwie. Beim besten Willen. Uh, ne Stadt. Nachdem ist ein Haus. Oh. Schafe. Schlammingen. Schlammingen. Na sowas. Eine Stadt unter der Erde. Ich dachte nicht, die Monster waren smart genug, um ein Fenster zu bauen. Ich bin sicher, dass sie nicht. Lass uns aufhören. Aufhören. Hopp. Okay. Kann ich nicht umbringen. Ja. Was bin ich für ein Herz aus einem Mensch, der Schafe umbringen will, ne? Da ist er. Oh. Dein Vater hat nicht gut gemacht, dass er sich einen Herzattack hat, nachdem er über das hört. Entschuldigung, Mama. Oh Gott. Was würde ich tun, wenn du dir selbst verhörst? Ah, Mama, schau. Diese Dinge müssen mich folgen. Wie spielten sie meine Schafe? Kräfte, Vermin, diese Schafe-Dweller. Sie sieht doch, dass ich fliegen kann, oder? Ich werde sie sicher sagen, Fidget. Ich bin sicher, dass sie alles sofort aufhören. Zurück! Zurück, du Bist! Ich habe diese Schafe, und ich bin nicht bereit, ihn zu benutzen! Wir sind nicht hier für Probleme, Ma'am. Im Grunde genommen haben wir nur deinen Sohn geschaut. Hä? Was sprechen sie denn, Bobo? Ähm... Sie haben mich schon lange folgt. Was? Was? Wie weit weg hast du gehst? Ich kann nur sagen, die Schafe für dich. Ähm... Entschuldigung. Wir kamen nur von der Boden. Ähm... Ich bin entschuldigung. Ich fühle mich wie ein Kuntcher-Bumpkin zu dir? Natürlich, du bist von der Boden. Ich denke, dass ich mich daran erinnern würde, zu sehen, zu sehen, zu sehen, zu fliegen, weasel, Katzen hier. Ich denke, dass wir hier auf den falschen Fuß getroffen sind. Mein Name ist Dust, und das ist Fidget. Einige Kreaturen haben eine Stadt über diesen Kavien und wir versuchen, warum zu herausfinden. Sie haben eine Stadt über die Zürfische Stadt, du sagst? Na klar, wenn das nicht alles verletzt. Wir, Untergrund-Folk, tenden wir zu uns selbst zu halten. Wir haben schon genug Probleme von unseren eigenen. Ich bin entschuldig, dass du das hörst. Eigentlich, was ich sage, ist, wir haben genug Probleme von unseren eigenen ohne dich, die Zürfische-Folk, die hier alles zu bringen. Also, wenn du dich nicht bemerkst... Komm, Dust, wir sind hier sicherlich nicht geplant. Warte! Das ist genug, Popo. Du solltest zurück in deinen Schuhen, bevor ich die Spon wieder rauskomme. Mama, ich habe sie kämpfen. Sie haben sogar sogar einen Spargelbchen bekommen. Ich glaube, sie können helfen. Ja, das Spargelbchen, das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich bin nicht so, wenn sie ein Spargelbchen riechst, und riechst, oder leckeres Zürfische. Ich will nicht ihre Hilfe. Stopp sagen das! Paus wird sterben, wenn wir nicht etwas machen. Er sterben? Was passiert? Na, unsere Healung-Wels haben und riechst, und meine Paus hat sehr schwach. Das ist das, ich bin raus. Um zu finden mehr von diesem Wasser. Ich liebe es zu sagen, aber es ist wahr. Mama. Ich weiß nicht, ob diese Monster attackungen auf der Flügelbchen könnten sich mit Ihren Wels dringend auf sein. Ich würde nicht überraschend sein. Es ist ein paar Wochen seit der Wasser dringend auf. Aber jeder hier fühlt sich die Effekte. Ich glaube, diese Flügelbchen durch die Flügelbchen nach der Flügelbchen für mehr Wasser. Mama, vielleicht diese zwei können mit der Frau. Die Frau? Oh, sie ist eine liebliche Frau. Sie leben in den Machen. Das macht die Wasser flügelbchen. Sie zeigt sich nicht hier zu oft, und wir können sie eigentlich nicht sehen, aufgrund der all die Gäste leben zwischen hier und dort. In diesem Fall, ich gehe mit dieser Frau, und sehen, warum sie die Flügelbchen Das kann nicht nur sein, die Flügelbchen auf die Flügelbchen zu wissen. Ich bin sicher, diese Frau muss etwas wissen, was passiert ist. Na dann, ich habe dich alle falsch verabschiedet. Wenn du mich helfen kannst, meinen Mann zu helfen, dann versuche ich dir nicht mit meinem Woden-Spoon-Of-Justice. Woden-Spoon-Of-Justice. Ähm, danke. Also, du gehst jetzt mit der Frau zu sprechen? Du helft meinen Pa? Wir tun unser bestes, Bo-Po. Geh einfach nicht wieder weg. Du hast meine Worte. Jetzt zur Herrin. Gehen wir mal ins Haus. Gucken wir mal, was der Vater sagt. Ey, Vater! Er schläft ruhig. Lass ihn alleine. Ach, recht? Jaaah! Nix! Ruhe! Na gut, doch. He. Ich will ja nicht so sein, ne? So, wir können jetzt in alle Richtungen gehen. Oh, ne Quest! Hallöchen! Oh, ne Quest! Oh, ne Quest! Oh, Fidget! Was? Ich? Es ist ein fliegendes Katt! Oh! Hehehehe! Sie ist nicht ein Katt, kleine Mädchen. Sie ist ein... Ich weiß nicht, was sie ist. Ich bin kein Katt, du Dumpf! Ich bin ein Nimbatt! Ein Ameisenbeutler. Okay. Ist das, was du hattest? Ein Nimbatt? Ja, hallo! Mein Name ist Fidget. Vielleicht haben wir uns kennengelernt. Kann ich es halten? Ich will es! Das macht etwas! Sie versucht, mich mit seinen kleinen Kinderhänden zu holen. Hehehehe! Oh, Mann! Fidget! Fidget! Entschuldigung! Was ist ihr Name? Smobob! Hehehe! Smobob! Well, Smobob! Ich bin entschuldigung, aber so viel wie sie wie sie einen klingt, Fidget ist nicht ein Spiel. Hey! Oh! Ich will sie! Sie spricht! Die Kiste! Ich werde dich trinken! Schau, ich habe dieses Kiste! Hey, Doss! Schau! Das muss die Kiste von Reed sein! Hm... Ich sage dir was. Die nächste Zeit, ich gehe auf die Grundlage, werde ich sehen, ob ich eine sichtbare Verwendung finden kann. Dann werden wir trinken! Entschuldigung! Wurde kurz gestört! Naja... Natürlich immer diese Leute, die nicht anklopfen, dann sie reinkommen und irgendwas wollen dann. Naja... Phew! Gute Idee, Doss! Wissen Sie, die Shop in Aurora hat einige Dinge? Vielleicht könnte der Shopkeeper etwas für uns herausfinden? Ja... Vielleicht könnte er uns eine Art Fidget-Doll für sie machen. Nachher... Sie ist viel zu jung, um ein Kind wie du. Hehe... Haha... Ja... Zu viel Verantwortung für... Hey! Hey! Haha... Ja... Haustier! Okay... Smobob... Dafür brauchen wir eine bessere Fidget! Ähm... Ja, wir brauchen eine Fidget-Puppe und... müssen wir erstmal nach Aurora zurück. Okay... Das kann man dann irgendwann machen. Irgendwann. So... Erstmal gucken, was wir hier alles haben. In dem Dorf. Wir haben so viel zu entdecken hier. Wir haben drei Wege. Wir haben... Quests ohne Ende. Wir haben noch Sachen zu suchen. Oh weia... Das wird ekelhaft hier. Erstmal mit... Blob reden. Oh Fidget... Flugmongo... Ich fürchte, wir werden bald lernen, da durchzukommen. Rutschen. Okay... Nicht kriechen. Tut's auch. Das sind ja super Aussichten. Okay... 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 Du bist... Ihr... Was? Oh... 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 Alles klar, Blob. Wenn ich deinen Hitton-Stick rauskriege, bin ich sicher, ihn zu holen. Klar, machen wir. Ich glaube, der muss echt nur mal 200 Jahre jünger sein. Hallöchen, Flo-Hop. Alter, die haben solche Namen alle, ne? So viele Quests hier! Alter! Okay, ähm... Ja, erstmal mit den Leuten reden. Das soll ich am besten. Flo-Hop. Hallo, liebte. Ich gehe zu schätzen, dass du der Outsider in der Stadt bist. Ich stehe so viel, hm? Oh, sie weiß, was es ist. Oh, sie weiß, was es ist. We don't like going into caves. You know, the dark, the cramped spaces, the endless, endless gloom. That's endless, forever. I'm sorry, look at me going on. My name is Flo-Hop, and my husband Gathy is up there in the pen, minding the sheep. He's been so overworked that I was hoping to make him his favorite stew. But to be honest, I'm having trouble growing red moss with the wells running dry. I think I might have gone and made my last stew. I could always help you find some of that red moss, if you like. Oh, I couldn't bother you for something as silly as that. I know where they used to grow, but with all these monsters about, I dare not leave mudpot. It's no trouble, really. If I come across any, I'll bring them to you. Well, aren't you a sweet one? Red moss clumps grow at the base of the large red mushrooms, and they tend to prefer a perfect darkness. Just don't hurt yourself on my account. In fact, take this ring. It'll provide a little bit of light in the darkest of places. Aha. Ein Ring, der Licht gibt? Okay, Sachen gibt's. Ja? Hause. Eine Holly Marie. Eoft ... 不 released.